Mein Herzblut gehört dem Fußball, weil jeder Spieler das Spiel herumreißen kann, weil wir Österreicher Blut geleckt haben, weil ich eine Vollblutstürmerin bin, weil ich als Schiedsrichter nicht gerne mehr abseits stehe, weil ich sonst immer ein ruhiges Blut habe. Wir geben unser Herzblut für den Fußball, weil ich sonst einen Ampfiff kriege, weil wir dann alles gewinnen, weil ich für eine gute Sache Sturm laufe, weil ich mit viel Herz gewinnen möchte, weil der Kicker bin ich.